Hallo, soll ich in der Hut gesetzt werden? Ohne Badekapp geht es nicht ins Wasser. Achso, da kann ich keine Aschbombe machen. Naja, jetzt machst du eh keine Aschbombe, dann kannst du auch die Kappe besuchen. Also, Aschbombe möchte ich noch von der Hobel. Ich möchte sogar meinen kleinen Nefisch von der Mauritius ohne Aschbombe hin und aus. Wahoo, 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 wahoo. Adam hat gerade mal einen Sprung in den Nitratenkanal, von den Nitratenlanden. Adam, das sieht gleich viel propperer aus, bis jetzt ein kleines Peterbällchen. Ah, da wachst du noch jetzt. Endlich ist er so groß wie seine Freunde. In den Nitratenkrachten. Genau, in den Nitratenkrachten reingesprungen. Jetzt bin ich wieder wach. Weil Frischland so schädig, da muss ich mal die originalen Frischland-Wirbel-Lappen. Hier, nimm den Rubbel-Lappen. Damit der Körbel-Lappen die sich auf alles aufgedruckt kommt. Kaut. Und jetzt trinkt man gleich mal in Gönewa. Und dann geht's mir wieder gut. Alles wieder warm. Und dann, komm mal wieder. No, Nitratenland, genießen. Feinje. Feinje, feinje. No, to feinje. No, to tschuk. Wie hört die Kasse, so die Pfand, ja? Aus von Andi, ja? Kommst. Puh! Noch ein Böhm!